Heute habe ich euch was besonders Spezielles mitgebracht. Am besten ich halte alle unnötigen Parapora wie Licht oder die Lüftung aus. Und natürlich die Scheibenwäsche. Kurz zusammengefasst, der Teil, der Teil? Das Teil. Spart euch den Stress an der richtigen Stelle und kommt mit eurer Fernflatte zu. Hallo und herzlich Willkommen hier bei uns im Autozentrum Stahl. Wir füllen sogar Scheibenklar. Ich fahre jetzt noch ein paar Runden. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Bis dann.